Ganz wichtig, im Re-Order gibt es kein freies Weiles-Land. Eine Stunde kostet zwei Order, ein Tag fünf Order, vier Tage 15 Order und sieben Tage kosten 20 Order. Das finde ich schon ein bisschen übertrieben in der heutigen Zeit, aber was will man machen? Am fünften ist auch noch ein Mappel.